Ich war mal auf ein Date zu spät, so und nicht so coole 5 Minuten, damit sie so denkt, das ist mir nicht so wichtig. So einfach so respektlose 38 Minuten. Von vornherein reingeballert, Alter. Ich bin in der Zeit noch voll viel U-Bahn gefahren, so man riecht noch nach Armut. Und man muss da mit so einer Fremden in so ein lockeres Gespräch kommen. So, sorry, ich bin spät dran, magst du Raben nudeln? Äh, 2017, der Scheiß ist neu. Ich hab gleich zu Beginn einen anderen strategischen Fehler begangen. Ich hab in so einem ironischen Ton gesagt, dass ich immer schwarz war. Aber ich bin in der Zeit halt wirklich immer schwarz gefahren. Und dann war ich auch immer in so einem ironischen Dilemma gefangen, wo man was ironisch sagt, ist aber eins zu eins einfach genau so, eh die Wahrheit ist. Also sie hat am Anfang noch so aus Höflichkeit mitgelacht und dann hat sie mich irgendwann drauf festgenagelt. Und meinte so, also jetzt, also jetzt wirklich, also du, also du fährst immer schwarz? Ich war dann so, ja, äh, äh, immer wohl witzig, oder? Das ist kein guter Einstieg in ein Date. Keine Frau steht auf einem Typen, der angespannt U-Bahn fährt. Okay, das ist niemanden Typ. Keine Frau will mit dem Typen U-Bahn fahren, Alter. Du fährst gerade mit deiner Freundin, U-Bahn, das hier, Nacken. Hältst dich einfach am Nacken, weil du dir irgendwann so eingeredet hast, so, nee, nee, ich bin schon so ein dominanter Typ. Und jetzt lebt ihr beide diese Lüge. Steigen 440-Jährige ein mit Bauchtaschen, du bist so, Schatz, wir müssen raus. Ich dominiere dich, diese echten Männer dominieren mich. Es ist wirklich ein Teufelskreis. Es ist auch kein sexy Verbrechen, Schwarzfahren. Das ist so eine richtig lahme Ordnungswidrigkeit. Wenn ich zumindest irgendwie sowas sagen würde, wie, hey, weißt du was, ich bin Einbrecher. Dann kann sie sich irgendeine abgefuckte Fifty Shades of Grey-Fantasie drauf aufbauen. So, hm, du dringst bei Fremden ein und zwingst ihnen deinen Willen auf? Okay, Daddy. Also, ich würde nicht so reagieren, wenn ich sage, ich fahre schwarz, so, hm, du suchst dir einen Fensterplatz nah an der Tür? I like it black. I like it black. Untertitelung des ZDF, 2020